Sanke Sakai Fischform, 55 cm frischer Sansai Weiblich. Sehr gute Qualität, der braucht jetzt eigentlich nicht nur noch Body, dann ist das ein toller Sanke. Ich komme jetzt in ein anderes Becken ohne Mukashi und dann gucken wir mal, was wir an Body hinfüttern können. Qualitativ ist es sehr gut.